Hallo Freunde, also Donnerstag am 10.10. bin ich noch mal auf den Buchtberg gefahren und habe leider den Anfang vom Sandballen verpasst. Aber ich habe mir jetzt noch reingucken können, denn ich war rechtzeitig zu Hause. Und da kam ein Thema, vielleicht sollte man das wirklich mal machen, wie in dem Film von dem Teddynaut und dem Astroflieger Tim gezeigt wird. Wie gesagt, der Anfang vom Sandballen fehlt, aber ist ja nun egal. Aber danach kommt der Abschluss vom Sandballen nach dem Film. Ich wünsche euch nun, meine lieben Zuschauer, viel Spaß. Raketenflieger Timmy, alles Super Roger Poofs okay an Bord, alles Super Roger Poofs okay an Bord. Start frei für ein neues Weltraumabenteuer. Teddynaut Teddy, was machst du denn da? Ich wollte nur ein bisschen Ordnung machen Raketenflieger Timmy. Warum denn das? Wir wollen doch den Technikplaneten besuchen. Da muss alles Super Roger Poofs okay sein. Und jetzt ist alles aus, na toll. Aber wir müssen doch nur den Hauptschalter umlegen. Oh, Glück gehabt, Teddynaut Teddy. Und da ist auch der Technikplanet. Wie der funkelt. So technisch. Pssst. 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 P bluesp funk. Vielleicht haben sie uns nicht bemerkt. Vielleicht müssen wir uns bemerkbar machen. Hallo. Juhu. Juhu. Hallo. Wir kommen von ganz weit her. Wir sind mit einer Rakete gelandet! Guten Tag Hallo, guten Tag Einen wunderschönen guten Tag Guten Tag Einen wunderschönen guten Tag Am liebsten würde ich einfach alles abschalten Gar keine schlechte Idee Mal sehen Oh Wer bist denn du? Raketenflieger Timmy Und ich bin Teddy Now Teddy Bist du mit einer Rakete gekommen? Da hinten ist sie Oh, so groß Haben wir gar nicht bemerkt Ihr habt ja nur in eure Computer geguckt Und gar nicht gesehen, was es noch alles gibt Guck mal, das ist ja süß Ein Gänseblümchen Guck mal, eins kann fliegen Ein Schmetterling Und wie warm es ist Hört mal die Sounds Los, wir spielen Ball Wir haben da keinen Ball Super Boink 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 Ich glaube, ich schalte nicht wieder ein Ich glaube, wir können wieder starten Boink 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 Alle Super Roger Pups und Carre pont Alle Super Roger Pups und Carre pont Dann eine extra Portion Schlaf für alle Yippie Genau Kinder, liebe Kinder, es hat mir Spaß gemacht Nun schnell ins Bett und schlaft recht schön Dann will auch ich zur Ruhe gehen Ich wünsch euch gute Nacht Untertitelung des ZDF für funk, 2017